Ich hab's nicht gesehen Ist da noch irgendwas? Nee Heute ist noch kein Creeper-Explosition Einfall? Na ist kaputt Ich geh jetzt noch nicht in den Nähter, oder? Nee, das kannst du auch nicht machen Auch hier beim Lava einmachen Du hast deine Obsidian-Acht, du brauchst nur ein Feuerzeug Das hab ich ja nicht Du hast doch Flinte und Eisen Keine Flinte Klar, du hast doch vorhin Gravel abgebaut Stimmt, ich hab hier Klinte Klint ist was? Ich wollte grad Eric Klinten sagen Wer ist Eric Klinten? Und wir haben endlich Lappislav Lappislav Gehen wir heute in den Nähter? Wir gehen heute in den Nähter Diese heißt nun die Nähter Der Schnelltot Ich geh aber nackt rein Ich geh nackt rein und mit dem Eisenwerkzeug Wie ist das? Ja genau Damit du das Zeugs abbauen kannst Hier Glowstorm Brauch hier das dann, ne? Ja Na ho Na ho Nimm Dreck mit mit Erd mit Dann kannst du das Total besser bauen Ja gut Und leg vier Dinger wieder in die Box Was soll ich in die Box legen? Vier Obsidianen Dass du ihn jetzt verbaust Achso vier Stück wollte ich Achso vier Stück Wollte ich jetzt Achso vier Stück Genau umgekehrt Okay was wollte ich jetzt noch haben? Irgendwas wollte ich grad noch holen Achja Jetzt nix mehr alles Eine Axt brauche ich da unten nicht Aber ne Schaufel wäre nicht schlecht, oder? Ne Schaufel wäre nicht schlecht Das ist so eine Schaufel Ist das so eine Schaufel? Ich seh keine Ne Ich baue es gar nicht Ich baue mir halt mal eine, genau Dreck ich sie in einer anderen Stelle ein Und ich werde jetzt voll veräppelt wieder Ne Ne Heute nicht Morgen Heiß morgen wieder Ich bin schon wieder gestorben wegen dir So Wie ging jetzt doch mal eine Schaufel Zwei Stöcke und ein Ding oben, ne? Ja, du hast was auswendig gelernt Die Werkzeuge habe ich langsam drauf Da siehst du auch sogar einen Bogen Nebendran Neben der Craft Box Dings Ich habe die Erde wieder abgelegt Nein Und jetzt brauchen wir noch ein Feuerzeug Und vielleicht Essen Wie bleibt denn damit? Du brauchst nicht viel Jetzt essen brauche ich nicht viel So, jetzt sowieso Super Danke Danke, Herr Erd Danke für den Mut Na du sterbst nicht, du bist gut Na klar Den Helm kannst du ja bitte nehmen Den du da an hast Weil der ist schon wieder verreckt Und den du da drin hast Den ziehst du dann an Wenn du wieder draußen Ich habe jetzt noch einen an Ich weiß, den behältst du ja Der ist sowieso gleich Sag mal ey Sag mal ey Vielleicht gehe ich auch nur rein Und gleich wieder raus Sag mal Nein Ich brauche es genau bei Lava Was wollte ich jetzt machen Erstmal einen fressen Der Feuer Ach, Feuerzeug Danke für die Unten So, jetzt hole ich mir noch ein Fleisch Das ist immer so stumm Stumm Dieses rumgeklick jetzt Du kannst das Ding neben Rechte Mausten Ach, nee, jetzt nicht Blind und Eisen noch Eisen brauchen wir noch Okay Blind ist glaube ich eben da angeklickst Woher ist denn hin? Wir haben noch vier Stück oder? Ja 19 Wir haben noch vier Stück So, probier mal aus wie mal eins crafted Steht oben rechts Oben rechts ist Crafted Unten rechts Eis in der Mitte Links da Genau So? Ja Eins nur Eins Und rechts daneben Unten rechts müsste dann ein Ding sein Alter Man In die Mitte Genau in die Mitte Oder anders denn Da, hier der Profi Ja Der Profi selbst So Jetzt findest du mal alles an Alter du machst mir voll Nur nicht mit dem alten Oh Mann Nee, nee, nee Ich mach dir nicht rechtsblick mit dem Feuerzeug Nein Funktioniert das auch wirklich? Gut Wo soll ich denn das Tor hinbauen? Ich weiß nicht Lass der Tor nicht kommen Am besten in der Höhle Du brauchst da hin, huh? Hier Toll Da hätt ne Kuh rein Ob euer fehlt das? Schade Es sollte aber gehen, dass Gegner aus dem Portal wieder rauskommen Das heißt, kommen Pick Zombies aus dem Dings Cool Moment Jetzt baue ich erstmal hier kurz Erde hin Damit ich hier noch ein Block hin machen kann Da brauche ich nochmal zwei Erde hin Und ein oben Drei nach oben Drei nach oben Ja So, jetzt machen wir die Erde wieder weg, ne? Oder brauchen wir die denn? Ja, ich musste ja runter springen Was, wenn ich das Segen jetzt anzünde, dann gehts los, oder was? Dann geht die Party ab Soll ich das Feuerzeug lieber ablegen? Machst du erst mal Mhhh Ach ja, genau Ich komm sofort ablegen Ahhhh Erstmal jetzt ablegen, ok? Ich hab das sonst gar nicht Feuerzeug Oder nimmst das lieber mit Weil auf der anderen Seite können die Gas das Portal kaputt schießen Und dann ist das aus Dann kommst du nicht mehr raus Was zieht die Hand dann mehr? Nein, die machen nur das Portal aus Das auch fern bleibt Das auch bleibt Ja, das ist schon Zurück in die Zukunft Mal gucken, wo ich rauskomme Na, wacke ich weiß es genau Das könnte passieren Ach du heilig Es dauert ein bisschen länger anscheinend Das ist irgendwie Die Wirtschaft wird da runtergeladen Das dauert wahrscheinlich, weil ich da noch nicht drin war Ja Noch nie Noch nie in meinem Leben war ich da Boah, das ist ein Nähdau Doch, wir waren einmal drin, wir zwei Und dann ist einer reingefallen und der andere Ach, sie lädt immer noch runter Dauert es immer länger ein bisschen? Ja, dir schon Das heißt, der ist jetzt schon wieder Nicht belegen, bloß nicht belegen Warte lieber Tüter raus 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 Wie bist du? Fängt gut an Wo bin ich denn hier? Das lobt Ja Yes Ich nehm nur ein paar von denen und bin fertig Du wirst nicht mehr aufbauen Ja Die Ardine wollte ja nur, dass ich mal reingehe Und da war ich mal drin jetzt Ja Eigentlich stimmt's ja Und da bin ich ja tot Ja, richtig Das ist ein Klaver Was sind das für Steine? Ne, das ist da oben Da kann ich ein neues Haus bauen Ja Oder uns brutal, so ne, so ne Plattform Das ist Das Ziel angepasst Mit Steam Ich baue eine Neta-Hütte Oh, so ein Neta-Tempel Oh, so ein Neta-Tempel Ohm 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 Alter, wie schnell das geht, ne? Soll ich ein paar Closter und so mitnehmen? Viel Spaß beim hinkommen Wollen wir mal gucken Ich hab schon welche rumfliegen sehen, aber ich brauche es nicht Ja, komm Gehen freigelegt Dieses Zischen-Alter Halt noch zwei Komm, wir nehmen 64 Ich hab schon keinen Bock mehr Wie soll ich denn die tönen? Ich hab keinen Fall einen Bogen Ja, ist egal Da kommst du nicht so schnell hin Leute, du hast hier eine Neta-Festung Sie verarschen Alter Da musst du dich hochbauen Ne, ist schon okay Da kommst du nicht hin Oh 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 Nein Oieh 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 Ja, der Bär spinnt Du musst eine Plattform da unten drunter bauen, dass du es dort einsammeln kannst Du fällst ja in die Lava runter Kommt noch Oieh Oieh Wo ist da die Festung? Das Ding ist eine Festung? Ja, da unten ist eine Festung Oder unten Da kommt irgendwas Aber auf deiner Seite von dem Ding Was ist das da unten? Das ist ein Kloster Oieh 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 Merkst du die Anspannung bei mir? Ja Oieh 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 Es ist ein Nachsucharme. Es fängt gleich an mit der Nacht Das ist doch toll Oieh 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 Erdine, ich war in Nähte Oieh Oieh Ich weiß nicht, wir haben erst ne Stunde. Mach mal noch, sag du, wie lange? Keine Ahnung, mach nur ne Viertelstunde, eine Folge noch, 20 Minuten. Ja, machen. Das ist die Netatruhe. Yeah! Komm jetzt, die nehmen wir alle gleich mal mit, dann bauen wir was draus. Machen wir, oh yeah! Wir können aus den Dingern sogar, glaub ich, die Backsteine machen aus den Viech. Was ist das? Was ist das? Da geh ich jetzt hin. Ich glaub, das ist ein Dick-Zombie, der kam da raus. Nein! Da kann doch Gas draus kommen. Nein! Der war cool! Tatsächlich. Was ist das? Das ist ein Geist. Hey, was ist das denn? Hä? Hä? Was ist das? Hä? Ich weiß nicht, was das ist, ne? Hä? Was ist das? Das hab ich noch nie gesehen. Mach mal. Du stirbst aber dann, glaub ich. Das ist ein Pick-Zombie, das in der normale Welt gekommen ist. Ich hab ein Goldschwert. Ich hab ein Goldschwert. Alter! Was ist das denn? Das hab ich noch nie gesehen so. Ich hab gar nicht. Hä? Da fliegt so ein Viecher rum auf einmal. Was ist das denn? Was ist das denn? Aber jetzt hab ich ein Goldschwert. Hä? Doch. Oh mein... Alter! Ich hab ein Glück, oder? Alter verspillt. Das ist doch zum Kosten. Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, ich komm da noch mehr raus. Ich hör zu lachen, wenn da vor allem eine ganze Armee vor meinem Haus steht. Ich muss doch da hin. Da sind die Kisten. Das ist doch geil, ey. Das hab ich noch nie gesehen, das Viech. Da denkst du, ich? Nee. Ich bin ja auch nicht mal ein Meter. Und schon krieg ich Goldschwert mit Rückstoß 1 und so. Oh mein Gott, ey. Aber Goldschwert hält nicht so gut, ne? Aber da sind Sachen drauf. Die will ich verwenden. Irgendwann. Irgendwann, ja. Ja. Das war Aufbauwarn. Zurückrohr. Ja, immer das wichtige Aufbauwarn. Das ist immer ein guter Tipp. VZ deine Sache und leg's auf die Kiste. Ich guck mal, ob da noch einer ist. Nee. Na, ich leg mich jetzt erst mal hin. Ja, was war's denn? Guck wahrscheinlich auch noch nach. Ja. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wo ist denn das Portal? Ich glaub, da hinten dran ist was. Da ist doch irgendwas, ja. Geh mal wieder hin. Ja klar, dass wir da jetzt hingehen, ne? Das würde ich wissen. Nee, das ist ne Kuh. Das ist so gar nicht. Das ist ne Nedakuh. Nedakuh. Eine Mumu. Eine Mumu. Ja, hier das kulturelle Massensterben was zu tun. Ja. Das Viech, das war ja mal geil, ey. Nicht mein Nedak richtig gewesen und trotzdem Pigman getötet. Pigman. Pigzombie. Pigman. Das ist ein Ketoeder. Dass irgendwas am Boden da geht. Ach nö. Ah ne. Okay. Einmal muss ja einer explodieren. Sehr klar. Einer geht immer. Einer geht gleich drauf. Wenn der jetzt mal... Oh, ich geh mal lieber weg von meinem Brun. Brun. Dr. Brun. Brun. Nein, warum? Ja! Nee. Eiskalt. Wie ein... Keine Ahnung. Wie ein Bär. Ich guck mal nach, ob da wieder was ist. Das war ja... Was ist denn das gewesen? Ohne Mist. Keine Ahnung. Das war doch kein Pigzombie. Nee. Vielleicht... Die kommt... Es hat ausgedreht wie ein Geist mit Creeperkopf und einem Schwert und mit Pigman-Geräuschen. Ich sag mal Pigman-Egal. Ich schub auf meine App, wo alle Gegner drin sind. Vielleicht kommt ja... Vielleicht war es was Neues. Was was... Also ich hab's noch nie gesehen. Ganz ehrlich. Was kann ich mit Lappi machen? Mit Lappi. Mit 4? Nein. Mit 9? Ich hab nur 8. Scheiße. Dann kannst du Wolle blaufen. Ich hab aber keine Wolle. Dann kannst... Ich bin ja lieber scharf in der Welt irgendwie. Dann kannst du gar nichts damit machen. Dann kann ich echt nichts damit machen. Ich komm lieber noch mal raus. Das wird mein neues Hobby. Mal hier gucken, ob irgendwas aus dem Portal stürmt. Du kannst ja eine Monsterfalle außenrum bauen. Dann fallen die immer gleich rein und sterben. Stimmt, ja. Ja. Ne, aber das ist ja doof. Ich will ja die Viecher persönlich treffen. Was soll ich denn bauen? Sag irgendwas. Was soll ich mit den Metersteinen bauen? Ach, ich wollte ja so eine Hütte bauen. Da genau. Ne, ist nicht unterzeichnet. Ist nicht unterzeichnet? Was war das? Wahrscheinlich irgendwie so. Gibt's gar nicht. Das nur du. Na ja. Ich bin so der Alpha-Tester oder so. Ja. Wir bauen hier so eine Tür, damit hier auch nichts rauskommt. Die kommen schon raus, aber... Vielleicht spawnen die öfters, wenn du einfach einen Boden darauf machst aus Netherstone. Ich baue so eine Art Ding, der ist schön. Das sieht er doch. Das kann man ja ausbessern, wollte ich gerade noch sagen. Aber ich glaube, das reicht nicht ganz. Ich muss nur meine Nähte und Zeugs holen. Auf geht's, auf nochmal. Ne, ne. Sonst fällt noch was ein, da bestimmt. Wäre geil, wenn ich jetzt nochmal Punkte dafür kriege. Ich bin schon wieder Level 8, ja? Vorhin war ich Level 7. Mach's auch gut. Können ja einen da lassen, die zur Heimat-Fühlung muss das. Heimat-Fühlung. So. Bambus-Wachstum gedeiht. Oh, dann können wir mal ein bissel hier, ne. Stutzen. Und dann bauen wir uns einen Ex-Charger. Äh, wie heißt das? Ent-Charger. 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 Ja, können wir machen noch schnell. Es dauert ja nicht lang. Haben Sie eigentlich noch einen Schwerter oder nicht? Ich bin jetzt doch schon ganz auf der Seite. Hehehe. Es war schon ein ziemlich doofes Fiek, muss man schon sagen. Ja. Ziemlich kurios und so. Oh, apropos doof und so. Äh, was mache ich da? Ist doch egal. Komm, wir bauen uns wieder ab teilweise. Ja. Weil ich habe ja keinen Bock immer da runter zu gehen. Verständlicherweise, weil das kotzt irgendwann auch her. Ich denke immer, das ist irgendwie, was weiß ich, ein Enderman. Wenn man so ganz schnell hinguckt, dann ist es ein Enderman. Hehehe. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie sowas seht und auf einmal denkt, oh, das ist was ganz anderes? Ja. Das kenne ich bei Menschen, wenn ich irgendwie einen angucke. Oh, den guck mal, den kenne ich. Der ist doch Reh. Geh hin. Ist gar nicht Reh. Ja, ich bin schon voll am drücken und alles, ne Quatsch. Hallo. Komm her. Wer bist du eigentlich? Hehehe. Oh, sorry. Du bist ja gar nicht Reh. Du bist ja Herbert. Ja, ich verwechsel immer Herbert mit Reh. Nein, Herbert hat so eine ähnliche Frisur. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Alter. Ich stelle mir gerade eine Herbert vor mit so einer Frisur. Also so ein Kerl mit so einer Frisur. Die hat schon eine weibliche Frisur. Deswegen ist es komisch, wenn ein Kerl so eine Frisur hat. Hehehe. Reh ist cool. Reh ist so wie eine Praktikantin hier. So wie Scharf. Scharf wird aber wahrscheinlich... Scharf? Ja, der Typ der... Achso, der? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal mit ihm aufnehmen werde. Es liegt an Erd. An mir? Ja, es liegt an dir. Du bist der zweite Chef von ErdbeerTVLP. Hehehe. Oh Gott. Neben mir. Neben mir. Ja. Wir zwei leiten das Imperium ErdbeerTVLP. Soll er nochmal kommen? Egal. Das ist dein LP. Okay. Machen wir es nochmal. Ah. Okay. Wenn er noch will überhaupt. Ich meine, ich habe mir auch gestern verkrault. Ne Quatsch. Ich bin gegangen. Ne Quatsch. Tschüss. Tschüss. Ich könnte ja mal irgendwann, wenn ich nochmal in den Nähter gehen sollte. Wahrscheinlich renne ich irgendwann aus Versehen rein. Ich sehe es schon. Dann werde ich diese Holzpfosten hier durch den Nähterstein ersetzen. Vollpfosten. Diese Vollpfosten. Trrrr. Das ist eine Tür. Klasse. Also. Dann wollen wir doch mal Obsidian, Diamanten. Ein Buch habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich 13 Leder. Und Bambus. Okay. Dann kann man mal gucken. Also Leder. Erstmal machst du den Bambus zu. Papier. Wie geht das denn? Nebeneinander. Einfach. Nebeneinander. Nebeneinander. Der ein Buch dann. Wie viel brauche ich? Mach das übereinander? So? Ach übereinander. Genau. Und Buch unten drin. Äh ne da unten drin. Das ist ja so. Kann ich da was reinschreiben? Ja. Dann brauchst du jetzt nochmal Tinte und eine Feder. Das habe ich nicht. Genau. Jetzt machst du das Obsidian unter der Reihe und die Mitte. Also ganz in der Mitte. Und Bambus. Bambus. Und die äh. Einmal rechts an der nächsten Leder. Ah nur in der Mitte rechts. Ach nur zwei Stück Bambus. Ist auch geil. Und ich habe nichts getweetet davon. Musst du immer geben. Gebt ihr das mal. Geil. Das ist ein Volkserlebnis. Absolut. Wie geht es Ihnen jetzt? Ich weiß nicht. Seitdem ich dieses blöde Viech da getötet habe. Geht es mir raus. Wahnsinnig geil. Hahaha. Oh mein Gott. Kannst du oben hinbauen ne? Ja ich habe schon gedacht ganz oben. Fehl. Fehlen nur noch Bücher Riga. Das wollte ich ja mal machen. Aber ich habe nicht mehr Zeit für. Ich habe schon Zeit. Ja komm wir machen hier mit Ausblick dann. Ja. Oh wie schön romantisch. Kann ich schon was machen? Ja. Mit was nur? Mit allem. Ich glaube nur eins oder so. Oh sechs sogar. Mach sechs. Nemesis der Geistesbösten. Der Glieder. Hahahaha. 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 Oh mein Gott. Oh kannst du das hoch. Das ist kein Level mehr. Ne ne. Bevor ich die Schaufel mache. Mache ich lieber nochmal die Spatzhacke. Spatzhacke. Warte nur eins. Mach nochmal neu hin. Zwei. Jetzt bin ich gespannt. Effizienz. Und Hauptsache kein Gliederfüßer. Ne. Es geht auf die Waffe. Jetzt bin ich wieder Level Null. Ja. Ne Level fast. Eins. Level fast. Ich würde mal sagen heute beenden wir mal hier. Richtig. War interessant. Fände ich toll. Hier dieses. Ah perfekte Aussicht auf unsere neuen äh Freunde. Hahahaha. Also dann. Ich verabschiede mich. Du bist doch gerade zum Gegner geworden. Hahahaha. Also ich verabschiede mich. Ich mich auch. Also tschüss vom Bär. Tschüss. Und Erd. Jetzt sollst du es vielleicht auch sagen ja. Also dann man sieht sich. Goodbye. Ciao. Ciao.